Road & Motor ist an der Präsentation des neuen Opel Combo in Langenthal. Der neue Opel Combo ist in der zweiten Generation verfügbar und ist aus einer Zusammenarbeit mit den Fiat-Gruppen entstanden. Es gibt einen in einer Personenwagen- und in einer Lieferwagen-Ausführung. Die Besonderheit des Personenwagen ist, dass er über Skibeteuren verfügbar ist und ein 5- oder 7-Plätzer. Alles im Modellangebot geführt wird. Es gibt einen mit einer Normaldach-Ausführung, wie wir ihn hier sehen, oder mit einem leicht erhöhten Dach, der Scheiben hat. Das ist besonders interessant für Personentransporte. Im Bereich des Licht-Nutzfahrzeugs ist er in zwei Radständen, einem normalen Radstand, wie wir ihn hier sehen, erhältlich, aber auch in einem längeren Radstand, die dann erlaubt, dass bis zu zwei Euro-Paletten beladen werden können. Es gibt einen in verschiedenen Türkonfigurationen, vor allem im hinteren Bereich, entweder sind es herkömmliche Türen oder teilte Türen. Als Option besonders interessant ist eine Klappe auf dem Dach oben, zum Beispiel für den Transport von Leitern oder Rohren. Von den Motorisierungen sind sowohl Benziner verfügbar, aber auch vier Modelle im Dieselbereich, von 90 PS bis 135, von 1,6 Liter Hubraum bis 2 Liter hoch. Auch eine Airgas-Version ist verfügbar. Alle Motoren gibt es auch mit dem Ecoflex, der besonders umweltfreundlich ist und serienmässig Start-Stop integrieren tut. Diese neuen Kombos sind ab dem Sommer bei der Garage verfügbar. Etwas habe ich noch vergessen zu erwähnen. Es gibt natürlich bei den Dieselmotorisierungen noch eine 1,3 Liter Variante mit 90 PS. Und auch preislich gibt es noch Interessantes zu berichten. Der Personenwagen fährt an bei 22'750 Franken und das leichte Nutzfahrzeug beginnt bei 19'950 Franken. Und im Rahmen der Lancierung gibt es eine spezielle Nettopreis-Version für 15'300 Franken. Wie jetzt ziemlich üblich im Autobereich gibt es natürlich auch Prämien, die sich noch ab diesen Lichtenpreisen abrechnen lassen. Und zum Zeitpunkt, wo Sie vielleicht ein bisschen später im Sommer oder im Spatsommer in die Garage gehen, gibt es vielleicht noch ganz andere Überraschungen. Felix Stockhaar für Road & Motor von der Opel Combo-Präsentation in Langenthal. Auf Wiedersehen.